Moin moin die ganzen Schönen Herzen Willkommen zurück Und wir spielen diesmal die Teams Hardy, Chris gegen Sepp, Jay und Jay Oh oh, fahr ich erstmal die Wand entlang wie Spiderman Nein, abgewährt! Schön, ich hab sie weggekickt Nein, ich krieg den aber noch nicht Ich hab sie weggekickt Nein! Schade, da war frei Jetzt aber Jay Oh oh, schön Daneben Knapp daneben ist auch vorbei Ich versuche ihn reinzuspielen Oh, da war ich nicht da, ich war nicht dran Einer muss ja immer in der Mitte sein Ach, Quatsch Klar Hi, Hardy, du machst das Ja, ich liege auf dem Dach Oh Ich liege auf dem Dach Abgewährt Oh 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 Alter Weg da, Hardy Nice, Sepp Jetzt nach vorne Ich hab keinen Boost Wieso kriegt man nur so wenig Boost? Jiii Da ist er! Jetzt mach doch mal! Nice, ey! Ich hab den doch abgewährt, Mark Wunderschöne Einzelaktion von Sepp Jörg Kessemark Wo ich den abgewährt hab noch 1 zu 0 eiskalt verwandelt Hardy, du, man faustet doch nicht in die Mitte Das lernt jeder Torwart Das stimmt, da hat der J recht Oh lol, der war halt ziemlich stark Der hätte auch fast... Muss halt genau richtig treffen, ne? Jaja Spiel in die Mitte Naja, von uns ist keiner hingefahren, wa? Spiel in die Mitte Nee, äh äh Ah shit Scheiße Oh Sepp Oh, das tut voll gut Oh shit Abgewährt! Oh, warum? Gerade noch abgewährt Da haben sie schon zu viel gedacht dran Oh, dafür rette ich ihn jetzt Oh! Jawoll! Mit der Hacke Mit der Hacke Mit der Hacke Mit der Hacke Pfostentor Abgefälscht hat er sich den selber Und bam Und dann direkt Boah! Boah! Das war quasi mit der Hand Gottes Das war auch wieder ein eiskaltes Tor von Hardy Boah! Das war geil! Ich laufe gerade mit meiner Schnauze rum Boah! Was ein Ding! Was ein Ding! Was ein Ding! Der war ja richtig geil! Ich bin gesprungen! Pass auf hier so hoch! Du bist geflogen, hä? Boah! 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 Oh! Da hab ich mal hart daneben gesprungen! Mal hart daneben gesprungen! Alter, wieso werde ich denn hier so durch die Gegend gedudelt? Oah! Nicht gut! Sehr schön! schön geklärt ach kacke schön machen und machen den selber wo ist das ding die haben aber relativ frei abgewehrt ach maaann jetzt aber abgewehrt zwar kein befreiungsschlag aber abgewehrt ich hab ihn auch abgewehrt also halb ja davor so jetzt muss das ding noch mal nein richtig schönes teil so jetzt da ist die vorlage da ist die vorlage warte hat er mir geklaut nein antippen von adi hörst du auch immer nur nein nein so geil ich hab's weggemacht alter wie ihr alle explodiert seid aber in sanktion nein aber wohl richtig geil seppig verlängst am boden aber gerade noch geholt boah jay richtig schön umdribbelt ey boah da war wohl nix ja nichts zu halten boah 3-1 ey das ist scheiße geilo lol mein controller ist aus oh shit mein controller ist aus kannst du mit Tastatur spielen ich mach das jay ne ich mach das ich mach das oh shit oh jetzt hab ich ein problem ich geb gas ich geb gas ich geb gas jay die fahren auf dich zu jooo jooo wow technische probleme im gegner team weißt du wo du gerade da hat er sich das knie da hat der schiri nicht abgepfeift als der spieler schon auf dem boden lag boah weißt du was sind das für ein schiri ey heutzern ich glaube ja johnny macht schon ein zeitspiel weißt du simuliert hier hallo abgepfeift ich hab auch gerade hart abgepfeift so dann kriegt ihr hart zurück jetzt ihr wichser für eure fiesen ausnutzungen jay unsportliches verhalten so ja die haue ich euch direkt ah fuck oh was war das denn ich darf auch mal mal ich soll direkt nochmal sepp weg machen macht mich einfach da fuck fuck sepp sepp hol ihn jay jay äh quatsch oh nein ich hab ihn ich hab ihn nein das ist so geil den hole ich oh shit den hole ich der geht rein nice ey jawohl das war ja das war doch ein eigentor oder boah da gehen meine fucking batterien ne da ist einfach keiner dran loll nice Adi das war nice Adi schon ein kleiner lappen ne unfassbar schön von Kessemack Sebastian Lenz ja war Traumtor ne ja seh ich auch so boah Christian du wirst mich mal töten ne dafür hab ich nicht genug boost gehabt shit die kommen ganz schön schnell nice Sepp den machst du selber den machst du selber den machst du selber wooo Tor getragen jawoll der Sepp machte gerade ey einfach den Ball abgelaufen du hast du gerade nicht so gespielt du homo ja weil du halt kacke spielst da liegt am Team oder am so ist man nice JJ der Mutti wird mich wenigst richtig ja auf jeden Fall boah Leute wo ist der Ball du kannst doch äh 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 vier äh 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 gelb drücken y oh 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 neiiiint neiiiint die Latte das gibt's nicht boah das war ultra knapp das war tatsächlich ultra knapp der ist genau an die Unterkante von der Latte geflogen jawoll nein oh Sepp machte es nein oh nein Christian hat den noch abwehren können turn j ja ich verteil die hier nix da komm der ist aber noch drin nein komm man komm man dann haben wir ganz safe gemacht ja wohl ihr geilen Schnittchen boah das Sepp aber hat 3 Tore reingeballert ey boah am meisten im Spiel bisher schon so ein kleiner MVP und Hadi war so ein kleiner Chancenverwerter äh so Chancennichtverwerter mit 5 Schüsse ja das stimmt aber dann machst du nix dann gehen wir jetzt die Blausch Sepp genau ja boah ey so kurze Halbzeitpause irgendwas trinken oh shit so Christian jetzt 500 aber so Bääm Sepp mit seiner scheiß Holländer Flagge ey dann kriegst du direkt Antipathien hier warum ich bin Robben ey du bist Robben du bist scheiße du bist Holländer du bist Frikandel ich bin Frikandel ich bin Frikandel Bowen Frikandel Matt oder Patat Matt bist du Frikandel Bowen bin ich boah was freu ich mich schon auf Patat Matt mit Krokettchen und Frikandel Spezial in Holland wenn wir dann da sind boah das wäre geil Hadi wo fliegst du da durch jawohl da macht Sepp da krass oh fuck das war richtig krass knapp das war richtig krass knapp das war richtig krass knapp ne dat gebet nich Leute dat gebet nich oh Hadi hat nich oh 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 Christian spielt zurück ins eigene Feld und Jay kann die Vorlage in die Mitte bringen auf Sepp kann er kann er ich steh hier NEIN oh das ist doch Bullshit Teamplay hier wunderschön da hab ich ein ganz kurz gespielt nur zack und dann zack verwandelt Sepp das Ding mal wie ich immer dran vorbeispringen genialer wunderbares Teil mit meinem Sombri-Täten mit meinem Sombri-Täten mit meinem Sombri-Täten machen wir das hier ja ich glaub ich eigentlich immer den ersten Ballkontakt den hab ich voll heuer boom oh lol oh wow ich hab kein Wust mehr oh da ist er das ist ja wohl ein Witz das hab ich doch abgewehrt Mann Alter voll auf mich abgewehrt pass auf da ist ja der Brüller jetzt und oh nö wunderschön alter Zweiger jetzt schon das gibt's doch gar nicht boah nach einer Minute NOL 3-0 Tja Christian da ist keiner von uns loskriegt Boah das war so 3-0 war gut gemacht ne war gut einfach doppelte Power das war einfach behinderlich vorne an mich weil ich war in den letzten Spielen war ich immer der Erste am Ball wenn du halt Dings gemacht hast aber jetzt komm ich nicht als Erster hin geht nicht keine Ahnung warum doch teilweise also wir waren jetzt zum Beispiel gleichzeitig ne oh shit oh 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 Fehler gemacht oh da hab ich übrigens einen Fehler gemacht NEIN oh das war knapp schön Gott sagen das war das muss ich mir auch wieder auf die Kappe schieben da mit dem nicht klären Boah da war knapp dicken Lufttritt gemacht Piuuuu Schade in den Innenpfosten geklärt nicht gereicht so so schön in die gegnerische Hälfte erstmal spielen ja jetzt oh Christian setzt an zum verteidigen Christian ist verkackt oh nein da kommt Hardy von der Seite ne aber ich hau da nicht in mein eigenes Tor rein oh nice Hardy oh ne leider daneben Boah Christian kam ganz schön geil angeflogen wenn der reingegangen wäre oh cooles Tor gewesen ok alter Sepp verdrammst du mich da an ich wollte den Ball anrammen jawoll richtig schön so jetzt richtig schön ich hab keinen Boost mehr Hardy du musst das machen Hardy hatten scheiße Hardy hatte nur Boost ha einfach mal in den Weg gestellt shit 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 ok lol hab mich drei vorbeigesprungen das Ding nein das kann nicht wahr sein ich auf der Linie hab ich den weg oh den hole ich den verwandle ich jawoll das ist doch so ein Witz ey oh man der andere kontert ne so machen wir das hier oh knallhart hier das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein da Team Team Chris Hardy am Boden na sicher zerstört am Boden so ein Bullshit also Hardy auf jeden Fall ach quatsch mach mal ab da kommt noch was oh 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 das hab ich verkackt oh Fallrückzieher Leute ich hab Fallrückzieher Punkte bekommen nein nein da kam Hardy ziemlich gut Jay spielt ihn weg schön nein oh Hardy hat ihn über mich das hat immer noch der ist schön oh oh wo ist er denn jetzt scheiße das war auch gar nicht hinter dir hinter dir schön Jay klär ihn klär ihn Christian oh shit oh oh mal diese Springer eingeben bis auf die Nüsse Alter oh shit hab ich auch verkackt oh das ist schlecht oh Vorsicht oh oh ich hab ihn ein bisschen weggelenkt das ist grad ein übelstes Mittelfeldgeplänkel hier oh yeah Christian hat ihn nach vorne getragen oh Vorlage von nein oh Hardy knapp daneben hehehe jawoll so jetzt hier jetzt mal in die andere Spielfeld nach vorne das Ding Hälfte lol warte was mach ich ich übernehm zack dann kriegst er erstmal vorbei schön Spiel in die Mitte nein shit nicht geschafft shit haben sie abgewehrt die Schweine warte lass mich jawoll ah krass boah 0 nice damit hab ich gerechnet ihr Prennert sehr gut hab ich versucht gerade noch abzuwämmen leider hat er darunter gesprungen boah hab jeder gefahrt er war auch richtig gut geschossen er war richtig straight er hat Christian richtig gut gelauert da siehst du ja guck mal wie schnell der am Ball ist wobei Hardy war auch der der vorne stand wo ist das Teil wie ist das Teil was ist gut aus bin der scheiße ähm shit oh oh Christian ist nice oh schade abgewehrt gewährt gewird nicht noch eine Minute Weg das Ding. Es muss nicht frech werden, ihr zwei hier. Wenn du neben dem Ball stehst, ist das so kacke. Boom! Jetzt wollen wir mal dominierend den Ball. Lol, mich hat einer weggekickt. Sau. OJ! Oh! Das ist doch größter Pullshit, ey. Richtig schön. Und wieder eiskalt verwandelt. Wollte erklären. Sepp mit einer Finte. Wollte der Robben eigenständig zu machen. Mit der Arsch fände. Kacke, ey. Jawoll. Ja, zack. Das ist mal irgendwie alle gleichzeitig da. OJ. Wo ist das Scheißding? 30 Sekunden noch. Nein, Christian hat die weggespielt. Boah. So. Richtig schönes Teil, J. Spiel in die Mitte. Aha, die kommt. Nein! Nice! Oh, nice! Richtig gut! Ein Abwehrfehler von Alaba. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Das war leider wirklich Alaba. Puh! Nice, Hadi. Hättest du den Schlenker nicht gemacht, hättest du getroffen. Hast du einen schönen Hasenschlag gemacht, Hadi. War nice. Ja, Hadi, fünf Euro kürzlich später, ne? Nö. Boah, jetzt will ich das siebte Tor aber sehen, ja. Na, hat er noch nicht hingekriegt. Na, hat er noch nicht hingekriegt, ne? Aber ich glaube, das wird auch nichts, weil... Ja, das ist vorbei jetzt. Jetzt kommt ein dickes Ding. Jawoll! Oh, nein, nein! Oh, schade. Sepp fängt immer an, jawohl zu schreien, sobald der Ball richten Tor aufliegt, ey. Aber war gar nicht so schlecht. Jawohl! Hat der schon erreicht hier, ne? Da haben aber Sepp und ich ein ganz gutes Team abgegeben. Diesmal hat der Jay die ganzen Tore gemacht und ist nach vorne getragen. Mann, 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 Mann. Ja, Hadi hatte heute seinen schlechten Tag. Boah, 40 Punkte, Hadi. Nice, guck mal, da explodiert er direkt. Hau rein, die ganze Städtchen. Hadi muss dein Auto machen. Tschüss! Das ist das Wichtigste. Tschüss! Tschüss! Tschüss!